Willkommen in der Grube. Willkommen bei Fossil Hunters. Genau hier, wo sie stehen, gab es vor etwa 10 Millionen Jahren ein Meer. Und das war 100 Meter tief. Hier, ca. 35 Kilometer vom Meer entfernt, schwammen Wale, Robben und Haie, während Krabben, Seeigel und Muscheln auf dem Boden krochen. Die Fossilien von Ihnen können Sie nun im Inneren des Museums sehen. Jetzt können Sie in Leergraven Fossilien jagen. Denn hier ist das Museum Fossil Hunters mit Gram Meeresfossilien. Kaufen Sie ein paar Kisten im Museumshop, leihen Sie einen Schraubenzieher und einen Spaten und los geht's! Das Museum stellt die Tongrube zur Verfügung, so haben Sie einfachen Zugriff, alles zu finden. Gegenüber dem Pavillon in der Tongrube ist Lehm, der vor 10 Millionen Jahren entstanden ist. Dort sollte man graben. Jeder Schritt, den Sie den Hang hinuntergehen in der Tongrube, führt Sie weiter zurück in der Zeit, in eine Welt, wo einst nur Pflanzen und Tiere existierten. Wenn Sie in dem festen Lehm graben, sind Sie der erste Mensch, der Licht in den alten Meeresboden bringt. Fangen Sie an, herumzulaufen und suchen Sie ein wenig an der Oberfläche. Regen wäscht oft gute Dinge aus dem Ton. Sie finden leicht Schalen von Muscheln und Schnecken. Legen Sie sie in eine Kiste und passen Sie gut auf sie auf. Eine andere Methode ist, danach im Ton zu graben. Es ist schwieriger, aber manchmal hat man Glück damit und dann können Sie sich glücklich schätzen, so eine schöne Schnecke zu finden wie diese. Die Schichten in dem Ton verlaufen waagerecht. Es ist ein Vorteil, in Schichten zu graben, denn an den Grenzschichten findet man oft Fossilien. Die Klumpen sollten Sie mit Ihren Fingern aufbrechen. Manche Dinge können sehr klein sein, manchmal kleiner als eine Erbse. Also muss man genau hinsehen. Ist der Lehm zu hart, können Sie mit einem Schraubenzieher die Klumpen teilen. Das Glück kann Sie treffen, wenn Sie es am wenigsten erwarten. Zum Beispiel hier, wo man eine große Schnecke gefunden hat. Oder einen Haifischzahn. Nach der Fossilienjagd im Ton können Sie zurück zum Pavillon, wo es Bilder von einigen der Fossilien gibt. Versuchen Sie, ob Sie Bilder von dem finden, was Sie ausgegraben haben. Wenn Sie etwas nicht identifizieren können, fragen Sie immer an der Rezeption des Museums. Vielleicht haben Sie die Überreste eines bisher unbekannten Wals gefunden. Gerne helfen wir Ihnen, die Dinge zu bestimmen. Sie können auch Ihren Fund fotografieren lassen und erhalten dafür ein Diplom. Fragen Sie einfach im Museumshop danach. Viele Exponate im Museum wurden von Museumsgästen gefunden. Wenn Sie die Knochen oder besondere Dinge dem Museum überlassen, vervollständigen Sie die Sammlung des Museums und tragen zum Wissen über die Welt bei, bevor es Menschen gab. Wenn Sie mit Ihren Funden nach Hause kommen, waschen Sie sie nicht sofort. Aber breiten Sie sie auf einer Zeitungsseite aus und lassen Sie sie für ein paar Tage trocknen. Jetzt können Sie die harten Schalen mit einer weichen Bürste vorsichtig waschen. Denken Sie daran, das Ganze noch einmal zum Trocknen zu legen, bevor Sie sie in Aufbewahrungsgästen legen. Und denken Sie daran, einen Zettel dazu zu legen, wo drauf steht, wo Sie diese Dinge gefunden haben. Viel Spaß und viel Glück auf der Fossilienjagd!